da kommt auch schon der nächste und der übernächste na gut so geht es auch man soll also nicht dauernd umschalten und die Waffe wechseln auf den Sniper oder so sondern direkt mal mit der AK hier im Einzelfeuer durchgehend jeden der hier eingerannt kommt und ich höre schon wieder Schritte was hinter dem Bauch versteckt oder was ich glaube es hackt der hat uns aber auch wieder ordentlich zugesetzt hier also das geht ja gar nicht anders dass man aus der Entfernung sich hier aus seinem kleinen Versteck und er war hier ganz lustig ne hier oben hat er sich versteckt kann man da vielleicht kabumm ich weiß nicht ich speichere mal lieber ne ich speichere mal Quick Reload passiert nicht außer wenn ich abkratze dann erscheinen wir halt dort wieder meine Fresse ich dachte das wäre hier ne Fake Tür oder so ich wollte einfach mal ausprobieren ob man da reinkommt aber anscheinend kommt man da rein man da hab ich mich da gerade reingehackt also man kann auch in die Häuser rein sie sind nicht nur Antrappe gut zu wissen gibt's noch was hier nein hier gibt's nix doch einmal Rüstung das ist der herz aller liebst und dann geht's schon weiter und mit der Muni dürften wir dann auch schon so einigermaßen durch sein hier die AK ist dann wohl diesmal ohne Repetieraufsatz Standard vermute ich mal und dann da kommt er mit der Schrotflinte an auf die Entfernung oder was das kann es ja wohl nicht sein oh Gott ich dachte schon das wäre ein Blatt oder so ich hab einfach bloß aufs Spaß drauf geschossen und auf einmal ist dann da oben wirklich einer meine Güte und hier ist dann wohl das Plumpsklo nein da will ich jetzt nicht weiter ich hab hier schon wieder Schritte gehört ich muss mal von der anderen Seite gucken ob uns da einer in den Rücken fallen wollte nein aber ich sehe auch nicht dass das Buschwerk ist so hoch na gut hab ich mich grad erschreckt komm schon hoch hier ok und da den werde ich dann wohl mit dem äh Scharfschützengewelle hinten erledigen und gute Nacht mein Freund nein ich sehe hier echt nichts ok man muss also wirklich langsam gehen man darf nicht rennen beim zoomen und dann kann man auch sich ein bisschen bewegen ok der nächste der sich hierher traut und das sollte es dann hoffentlich auch gewesen sein hier und wir werden uns weiter mit der AK äh äh durchmetzeln so oh ich glaub das kann nicht alles gewesen sein hier sind noch mehr hier sind noch mehr oh man ich trau mich nicht ich trau ich trau dem Braten nicht so ganz hier hinter der Ecke lauert doch bestimmt noch einer oder auch oder auch zwei nein nein wir müssen mich vereiern mein Gott ich dachte schon der geht gar nicht da unten aber jetzt haben wir bestimmt gleich ein paar man wo müssen wir denn lang ich schätze mal hier nach oben ich hab doch gesagt er hat sich nach Granate angehört ich wollte grad abhauen und da hat sie uns schon fast gekillt ey ok das heißt einmal saven man lebt sicherer so meine Fresse jetzt werde ich wieder schon fast von Granate die hab ich gehasst in diesem Spiel damals schon eine Granate und man ist down so und jetzt sollten wir hier da seh ich sich schon wieder was bewegen da sollte man eventuell wieder den Sniper auspacken oder hab ich nur gedacht ich hätte was gesehen das ist ja häufig so komm schon das ist bloß ein Blatt ne ist das ein Blatt ja das ist ein Blatt verdammt verdammt so gut dann werden wir uns hier noch einmal nein nicht damit mit der AK hier oder haben die selbe Magazin und so Größe 240 haben wir hier und dann haben wir nein nicht damit sondern 238 238 ok hm warte man könnte natürlich auch ab und zu dann mit der M4 hier ein paar kleine Raketen verschießen das würde ich dann einfach mal so oh wir sind ja schon wieder fast komplett aufgeladen mit Rüstung und so weiter nun gut so ihr seid jetzt hoffentlich Geschichte ja natürlich und Granaten so die M4 verzieht mir eigentlich viel zu sehr also habt ihr eben schon gesehen ich kann da echt ah verdammt nein 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 hallo ich sehe den gar nicht komm raus zeig dich ist klar ihr seid so zweit ne und der letzte jetzt soll es aber mal Geschichte sein ich werde jetzt schnell die M4 nachladen und dann oh Gott und wir sind schon wieder fast out of Rüstung bleib doch mal stehen ich kann doch hier an dich Vogel ein ganzes Magazin ausballern hier komm her mein Gott und der versteckt sich echt hinter dem Baum oder ey das gibt es doch gar nicht seit wann seid ihr denn so intelligent das war doch damals nicht so fehlt bloß noch dass hier irgendwelche Landminen existieren und man dann irgendwie aber ich glaube das gab es auch damals ich erinnere mich ich erinnere mich und dann fällt man da in so eine Strippe rein und dann ist alles vorbei oh mein Gott ich muss speichern ich ertrag das sonst nicht wenn ich das normal spielen muss oh speichern am Ausgang auch sehr intelligent dann geht es auch schon weiter ok so schön auf offener Fläche ist dann gut munkeln alles klar eventuell sollten wir da auch einmal looky looky machen ob uns da gleich einer entgegenläuft sieht nicht so aus warum auch ne wo müssen wir überhaupt klang kann man hier irgendwie kann man nein hier ist überhaupt nichts hier ist Totenstille aber ich höre einen Helikopter das ist gut Lautstärke ist immer gut dann höre ich euch nicht ne und ihr mich auch nicht ja hast du ja so gesagt so heimlich kommt noch einer? nein doch nein das war derselbe ne oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott eine AK am Abgrund gibt mir die Muni und dann nochmal Muni und ich glaube man sollte echt sich hier strategisch hinter den Bäumen verstecken oh Gott und das sieht doch nach Stolperfalle aus hier kann man die nicht aus äh lösen äh äh was soll das denn ist doch wohl ein Witz mit dem Helikopter oder? oh Gott nein eine Granate nein nein oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott nein das glaubst du doch nicht und die sind zu sechst oder so und die sind zu sechst und die sind zu sechst und eine Granate kann das alles ja komm eine Granate kann das ziemlich schnell beenden und dann sind die nämlich futsch und nochmal speichern oh Gott ich komm aus dem Speichern nicht mehr raus aber immerhin bin ich bis jetzt noch nicht weiter abgezahlt und er hat eine Granate in der Hand gehabt nein nein und er hat so den nein das gibt's doch gar nicht da ist noch einer ich kann's oh ich trau mich jetzt nicht raus ich aber einer ist in seine eigene Stolperfalle gelatscht hab ich so der kämpft doch noch nein einer ist in seine eigene Stolperfalle glaube ich gelatscht eben das ist ja schon mal die war hier ne ja da ist einer reingelatscht und eventuell sollten wir jetzt aufpassen dass wir da nicht äh noch in eine Struppe latschen ich trau mich gar nicht so recht den Kopf hier irgendwie hoch zu halten und hier raus zu stecken und da hat schon schon einer gesehen da hat uns einer gesehen ich hab ihn gehört zeig dich, zeig dich, zeig dich ach verdammt und so wenig Hells kann ich da jetzt nicht durchrushen ja natürlich da oben ja natürlich und ich komm da komm schon oh man oh man oh man oh man oh man nein 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 den haben wir doch jetzt erwischt oder haben wir den den haben wir ja sieht so aus, hier ist alles oben schau mal wie viel seid ihr denn das hallo das geht auf keine Kuhhaut komm wir da nicht hoch nein ok Munition ist immer schon fast wieder voll die kann man nicht kaputt machen meine Fresse das ist wirklich ach und Medikits Medikits Gott sei dank Medikits und Munition und einer nein und ein bisschen Rüstung wollte ich schon sagen und da hat uns der nächste aufs Korn genommen und ich trau mich hier eigentlich gar nicht raus denn ich